äh vv ich glaube das ist abgeschlossen ne scheiße jetzt habe ich es abgeschlossen die illegale Waffen die sind illegal yo bitte was? bitte was? schönen guten Metal wem gehörten hier die Blackfish? hallo? oh oh du musst gar nicht einsteigen nimm mal die Hände oder du bist tot du steigst ein bist du tot Jungs ey ihr alle los 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 Hände hoch du mach mal ein Flossen hoch Hände hoch also nicht Shift J ich leg dir mal eben Handfesseln an ich leg dir mal Handfesseln an was denn das für ein Witzbild ist fesseln die einen auch noch Bruder nix mit mir Handfesseln ist das schlimm wenn man gerade abgehauen ist Bruder nicht die Stapler nicht die Stapler man bleck ich werde einfach stiften gegangen sorry aber ja ey kannst du nicht einfach gleich das Feuer eröffnen na ja gegen 100 Leute nur 3 ich glaub eigentlich an ich glaub eigentlich an soll ich die Bullen rufen ja nehmen sie erstmal mit ich glaub das kannst du nicht wenn du gefesselt bist oder 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 der ne Alex ist weggelaufen ja ich bin ja dann ruft die Bullen sag AE hat gecallt na und die Blackfish geklaut aber wir haben illegale Waffen na egal das ist in dem Fall sowas von egal ja das ist jetzt das kleinste Problem die Ladung ist mehr wert ok ok da kommt jetzt noch n'n dran zum Vorteil erst mal rückwärts rein äh kann ich ja auch irgendwie aus den Fesseln rauskommen nein leider nicht das finde ich auch sehr lächerlich dass da keine Möglichkeit gibt sich irgendwie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit ja dann stellt er mich jetzt quasi am zum Arsch der Welt nach einer Weile da wieder freizukommen er nimmt mich mit er nimmt mich mit ok so ein Ding ist das jetzt ja mich wahrscheinlich auch äh ich kann schießen und aussteigen bist du hinten drin ja ist wahrscheinlich ich kann aussteigen ne ja wahrscheinlich sobald du aussteigst bist du aber wieder gefesselt ich glaub das bringt nicht viel mhm oder dann warte ich bis er aussteigt und dann knall ich ihn ab ich kann ich kann schießen ne ich kann schießen ne wie komm ich noch mein kleines äh also Steuerung genau ey ich knall ihn ja gleich ab wenn er aussteigt ne kann mich nicht so weit drehen hm was juckt ihn einfach überhaupt pfff nein ich hab seinen Kopf voll hast getroffen hast du ihn abgeknallt? nein ich hab mich aber hab ich geknallt ich weiß noch welche rum ey scheiß wo bin ich hier mann schein dass er seinen Kopf nicht getroffen hat ja oh man ich hab dem Bullen jetzt Bescheid gesagt ob die kommen weiß er nicht wo ist denn der Diamantenverarbeiter? wo ist denn der Diamantenverarbeiter? oben rechts ne? ne? hä? haben die die Blackfisch jetzt äh haben die die Blackfisch jetzt äh haben sie noch was zu trinken die haben einen Schläuferer gute Essen das hab ich nämlich immer am Flugzeug gelassen Mikrofon aktiviert wo soll ich denn respawn? Mikrofon aktiviert weiß er nicht ja was ist denn jetzt für ne scheiße ey wo warst du grad Alex? wie heißt deine Stadt da? ich bin in der Tierer ich bin in irgendeiner Garage hier ich weiß noch nicht wo das auf der Karte ist relativ mittig oben weil eigentlich wärst du mir auf der Karte angezeigt seid ihr immer noch am Diamantenschleifer? zumindest jetzt äh Lukas? nö aber haben mich wahrscheinlich in ihr Ganghaus geklatscht ja super und was machen die jetzt mit